Musik 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 Ganz klasse Wochenende, ich kann mich gut daran erinnern. Ich bin damals Freitagsabend mit dem Zug hingefahren. Wir waren Samstags morgens da, den ganzen Tag durchgefeiert, die ganze Nacht nachher noch durchgefeiert. Ich weiß noch, nach dem Schlüssel habe ich wirklich geheult, weil unbegreiflich, wir waren so dicht dran, so dicht werden wir wahrscheinlich nie wieder in einem Pokal sein. Wer hätte es wirklich verdient gehabt? Im Gegensatz zu 2011, da waren wir einfach hoffnungslos unterlegen. Von der Emotion her war 2011 dann nochmal eine Steigerung, so die letzten zehn Minuten, die waren einfach unbeschreiblich. Aber 1998, dann wäre man so dicht dran. Schade, schade. Es sind Geschichten wie diese, die MSV-Fanherzen höher schlagen lassen, so wie das von Edelfan Willi Blomenkamp. Und genau solche Erinnerungen und Momente aus der langen MSV-Historie stehen im Mittelpunkt beim allerersten Zebra-Traditionsmarkt. Seit seiner Kindheit schlägt Willis Herz blau-weiß. Und fürs Sammeln auf das ein oder andere Überbleibsel aus dem Hause Blomenkamp darf nun auch beim Zebra-Traditionsmarkt geboten werden. Ich sag mal, für Einsteiger, die sammeln wollen, ist ein Paradies. Die können für kleines Geld auf eine kleine Spende direkt gut zugreifen. Die haben eine ganze Masse auf einmal zusammen. Da sind Stadienzeitungen dabei, heim auswärts, ein paar Fotos sind dabei, unterschriebene Plakate. Hier zum Beispiel habe ich eine, haben wahrscheinlich auch Sammler nicht alle, eine Speisekarte aus dem Sommertrainingslager 2010 in Österreich. Da haben wir gegen den FC Paralimni gespielt. Da haben wir übrigens auch in den 70er Jahren mal im UEFA Cup gegen gespielt. Und an diesem Tag war der Stefan Meierhofer zum ersten Mal im Trainingslager. Und ich kann mich noch gut erinnern, da saßen wir unten, das war so eine VIP-Eintrittskarte, hatten die so einen Tisch aufgebaut mit Spezialitäten aus dem Kreis in Österreich. War gut gemacht. Und da draußen konnte man nur durch so ein Kellerfenster schauen. Und dann lieb der Stefan Meierhofer vorbei und meine Lebensgefährtin sagte direkt, boah, der Beine. Also, das war schon eine recht lustige Geschichte. Ein wenig wurde es wohl auch Zeitplatz zu schaffen, denn drei ganze Zimmer füllt Willis MSV-Leidenschaft zu Hause. Ich habe fast eine ganze Etage für mich. Ein Zimmer muss ich noch so ein bisschen baggern bei meiner Lebensgefährtin, das möchte sie nicht abgeben. Ich habe sonst drei Räume und einen großen Flur. Das sind nur MSV-Klamotten. Ja, angefangen hat es wirklich, da war ich so ungefähr acht Jahre alt, da habe ich angefangen, die Ergebnisse draufzuschreiben. Da habe ich am Tag nachmittags in der Badewanne gesessen und habe wieder zwei gehört. Und so fing es an. Dann kamen so die ersten Zeitungen, die man ausgeschnitten hat, die ersten Autogrammkarten. Auch wenn das Sammellager in der Arena dank des wohltätigen Spenders um einige Kisten reicher ist, das meiste würde der 51-Jährige natürlich nicht abgeben. Vor allem eine Rarität liegt dem MSV-Fan besonders am Herzen. Ja, wenn ich einen Teil behalten dürfte und alles andere müsste ich abgeben, dann würde ich die Stadienzeitung vom 15. Januar 1966 behalten. Bei dem Tag bin ich geboren, die würde ich mir schön einrahmen, die würde ich behalten. Doch auch so werden die Tische beim Traditionsmarkt prall gefüllt sein. Bereits jetzt können sie fleißig mitbieten. Eine Liste der zu ersteigernden Gegenstände finden sie auf der Internetseite des MSV. Oder natürlich am 1. Mai live beim allerersten Zebra-Traditionsmarkt. Gemeinsam am Ball mit den MSV-Frauen. Dieser Traum ging jetzt für die U13 und U15-Mädchenmannschaft des TUS Mündelheim in Erfüllung. Denn sie haben an der gemeinsamen Verlosung des MSV und der Sparkasse Duisburg teilgenommen und eine Trainingseinheit mit drei Bundesligaspielerinnen gewonnen. Hintergrund der ganzen Aktion die Förderung des Jugendfußballs in Duisburg. Wir wollen natürlich zeigen, wo es hingehen kann, wo es hinführen kann für die Jugendspielerinnen. Wo der Weg dann auch irgendwann mal zu den Profis kommen kann. Dass die jungen Spielerinnen Talent haben, beweisen sie bereits in der Aufwärmphase. Beim sogenannten Handball-Kopfball-Spiel dürfen sie mal nicht ihre Füße verwenden. Eine ungewohnte Aufgabe für die Fußballerinnen. Aber sie schlagen sich gut und auch ihre heutigen Trainerinnen sind beeindruckt. Also sie sind alle voll dabei und freuen sich glaube ich auch. Und ja, bis jetzt macht es richtig viel Spaß und sind auch echt ein paar ganz liebe Mädels dabei. Ich war ein bisschen schockiert darüber, dass die U13, U15, die sind fast alle so groß wie ich. Das muntert mich nicht so auf. Aber ansonsten, die Mädels ziehen super mit, machen es gut. Man sieht, dass viele auch schon Talent auf jeden Fall mitbringen. Und vor allen Dingen Spaß haben dabei. Das ist wichtig, glaube ich. Spaß haben die Spielerinnen allemal. Und egal ob Aufwärmspiel, Pass- oder Torschussübungen, hier kann jeder noch was lernen. So auch die MSV-Damen, die sich heute das erste Mal als Trainerinnen versuchen. Also es macht Spaß. Ich kann mir das auch vorstellen, irgendwann das mal auch nach der Karriere, so will ich es mal nennen, auch zu machen. Aber ich glaube, es ist schon komplett was anderes. Also was man auch lernen muss. Man ist ja in der Position, dass man dann auf einmal reden muss und nicht nur zuhören muss. Das ist was komplett anderes. Aber es macht halt einfach auch Spaß. Und es macht auch Spaß, mit den jungen Mädels einfach so Erfahrungen auch weiterzugeben. Ungewohnt, muss ich sagen. Aber anstrengend auf keinen Fall. Also es macht eigentlich richtig Spaß. Und die Mädels hören auch alle eigentlich voll gut zu und nehmen das auch auf, was man ihnen sagt. Und ja, ist mal was ganz was anderes. Aber auf jeden Fall was, was ich mir in Zukunft auch vorstellen kann. Vielleicht sieht man also die ein oder andere MSV-Spielerin in Zukunft neben, anstatt auf dem Platz. Bleibt nur noch zu klären, wie die Trainingseinheit den Nachwuchstalenten denn gefallen hat. Am besten fand ich das mit der Torschussübung jetzt, weil dadurch konnte ich mich verbessern. Also ich fand, es war mal was anderes, dass auch mal so berühmte Fußballspielerinnen zu uns gekommen sind und uns halt auch mal was zeigen wollten und ihr Wissen an uns weitergeben wollten und so. Und ich fand es am besten, gerade die Torschussübung eigentlich. Das ist halt mal eine Abwechslung mit Frauen und nicht mit Männern, wie Dietmar Maris und Rainer. Und ich fand halt auch ganz gut die Übung, dass man halt am Anfang, wie bei den Männern, nicht die ganze Zeit laufen muss als Torschussübung, sondern die dann ein Spiel gemacht haben. Mit einem Spiel wird die heutige Trainingseinheit auch abgerundet. Und natürlich lassen es sich die MSV-Frauen nicht nehmen, ein Ründchen mitzukicken. Bestopotam zonaiert. Das war die heck, keine Bedeutscheherin Ei Movistra. Das war die beste Training Web. Vielen Dank.